Oh, excuse me, I'm late for a meeting. Hey, enjoy the rest of this. I'm hungry. You guys hungry? Oh, excuse me, I'm hungry. Ja, keine Ahnung, bla bla. Gut, also wir werden heute Missionen machen. Ich weiß nicht so genau was. Wo ist eigentlich unser Auto? Ah, steht auf der Straße. Warum steht das auf der Straße? Keine Ahnung, gut. Da werden wir mal mit dem schnell wohin fahren, weil es steht heute, glaube ich, eine ganz große Mission sogar mal wieder an. Und dann, wenn wir auf die Karte schauen, dann sehen wir, wir können das so rummachen. Ah, wir machen das H. Und das H heißt der Burial-Überfall. Jawohl, wir überfallen das FBI. Oh mein Gott, das wäre echt total bescheuert. Aber wir werden es einfach machen, auch wenn wir total bescheuert sind. Und ja, mit unserer Hupe kann uns auch nichts mehr passieren. Und jetzt düsen wir schnell zu dem Ding hin, weil es wird echt eine Hammer-Mission werden. Also wir haben ja ein Feuerwehrauto klauen müssen. Und es wird ziemlich interessant werden. Wir müssen aber, glaube ich, von oben rein, also mit dem Hubschrauber, glaube ich. Aber das werden wir jetzt dann bei alles sehen. Auf die Mission bin ich schon echt wieder gespannt, weil es ist endlich mal wieder eine größere. Das heißt, der Part kann wieder ziemlich lang werden, wenn ordentlich gefällt wird. Und es könnte sein, dass der wieder über eine halbe Stunde geht. So, Tracy. Hey, Sugarplum. Daddy, ich bin in Träumen. Was ist das? Geld? Drugs? Deine Mutter. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him, when he shows. Oh yeah. We'll talk. Gut. Ähm. Scheinbar machen wir das doch erst beim nächsten Mal. Ähm. Sorry, Leute. Aber ich will es einfach machen nebenbei. Ich werde dann... Ja, aber jetzt müssen wir zuerst das machen und mal schauen, wie lange dann die Mission dauert. Wahrscheinlich werden wir dann den Büroüberfall erst beim nächsten Mal machen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erst mal da oben hin. Der wartet sogar beim Waffenladen. Okay. 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 Die muerte. So, warte. We're looking at the guy in a purple... Oops. Ops. I'll see you in the car. I'll see you in the car. Okay, I'll keep your eye on it. Thanks, Daddy. Hey, what are the two of them, huh? Was I mean other than... Hey! I'm digging into the car! He's digging into the car! Is he here? Ach komm, jetzt müssen wir sogar Dylan sitzen bleiben, okay? Gut, also müssen wir jetzt den Typ aufspüren. Oh man, jetzt dürfen wir den Typ da finden, ich bin ja gespannt, wie lange das dauert, oh shit, obacht, obacht. Okay, äh, wir müssen das Auto aufhalten, nichts leichteres als das. Nur aufhalten oder auch sprengen. Okay, auf jeden Fall, Rammen bringt schon mal nichts, wie wir gesehen haben. Hey, was are you running for, pal? Let's talk. Seriously, I didn't know she already had a sugar daddy. So, irgendwas hab ich troffen, aber nicht den Typ. Hey, creepo, I'm her father, not a sugar daddy. Der Typ soll werken, Mr. Sux. Die Kopf ist auch gerade wieder Marsch. Oh man. So, die Kopf kommen jetzt natürlich ein bisschen nicht красив. Aber egal, wir werden den Typ schon irgendwie kriegen. Ich habe jetzt so keine Ahnung, wie das machen will, weil... Moment, ich werde das anders machen. Jetzt machen Abgangsschein. Okay, ich glaube, wir haben uns ein bisschen verkackt, weil wir werden die Kostenschein immer loswerden. Deswegen... Na, nicht Radio. Ich muss gerade irgendwie überlegen, wie die Haftbomben gerade so ausrüst. So, wir ballern die jetzt einfach ab. Oh shit, komm, 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 komm. Komm, fahr! Okay. Boah, die Zeit über den Haufen fahren. Oh, Mann, ey, komm, komm, die Kops, die nerven, das ist der Wahnsinn. Komm, jetzt machen wir mal einen Abgang hier. Oh shit. Da läuft das Geld wieder aus bei mir. So, jetzt, alter, ih, rasch, schießle aus, jetzt fahr ich mal zu, du scheiß behindertes Drecksauto. So, jetzt aber, jetzt, komm. Oh, das hat's bei. Oh shit. Don't kill me for loving her. That ain't love, it's the internet. You're a cyber creep. You're right, you're right. I'm getting help. Don't kill me. You are impeding a police investigation. Oh shit, sorry. Run, you little bastard. Oh my god, you killed him. You killed him. Ups. You just killed him. I can't believe it. Ups, wollt ihr jetzt eigentlich nicht. Gut, jetzt müssen wir mal wieder die nervigen Bullen abschütteln. Oh, jetzt kommen natürlich da gleich drei neue, natürlich. Gut, das heißt, wir fahren jetzt einfach mal irgendwo hin. Oh, ich weiß nicht, ob die Mission so geplant war. War ziemlich planlos, muss ich sagen. Oh nein, Auto. Bombs. Erstmal gehe ich an den Baum setzen. Gut. Ich glaube kaum, dass die Mission so geplant war, wie ich die durchzogen habe. Aber ist egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind die Cops aber wahrscheinlich jetzt die nächsten Sekunden gleich los. Oh shit. Außer der sieht uns. Und er hat uns gesehen. Leckt mich doch am Arsch. Gut. Da wird ja auch ein bisschen länger. Mein Gott, muss man durch. Die Cops sind schon ein bisschen nervig in dem Spiel, muss ich sagen. Also wenn man sie nicht unbedingt braucht, dann sind sie echt nervig. So, aber diesmal sollten wir sie es ja nicht mal schaffen. Und ja, ähm, wir haben jetzt schon 10 Minuten rum. Das heißt, wir werden dann nichts mehr derartiges machen. Also kann ich nicht die Hauptmission. Wir werden nur mit so einem Solo-Mond fahren. Weil der hat nun für uns irgendwas. Und dann... Shit, jetzt kommt der Schwiederkopf. Ich drehe durch. Komm, gib doch mal Gas, du Scheißkarre. Die ist so ultimativ langsam einfach. Aber jetzt sind wir sehr nicht los. Was ist das so verrückt? Du musst nicht fahren wie ein Manniak. Ich bin ein bisschen geholfen, okay? Ich muss mich aufrufen. Vielleicht ist es nicht so gut, dass es nicht so gut ist, wie ein Manniak. Es ist einfach so gut, wie ein Manniak. Vielleicht ist es der schnellste Weg, wo ich ein Manniak- Ich weiß, was ich mache, Baby. Just calm down. Ich denke, du bist der Manni, der muss sich aufrufen, du Manniak. Kein Wunder, ich brauche Medikation. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Was? Wir mussten sicher sein. Ich wollte nur, dass du mit ihm sprachst. Das war infinitisch mehr Persuasiv. Ich hätte niemals schon gesagt, dass du. Was ist denn das für ein Ausweg? So, Tracy müssen wir uns jetzt heimbringen. Ähm, ich glaube, es war nicht so geplant. Ach, komm schon. Dass wir den Typ umfahren. Ich will nicht sein, aber mein Auto ist ein bisschen schlau, Pop. Die Anweserung wird sich umgekehrt. Du bist auf meinem Plan und du weißt, wie ich stehe. Das stimmt, das Auto ist ziemlich am Ende. Es ist irgendwie bescheuert zu steuern, das kleine Ding. Aber keine Ahnung, ich habe schon länger kein GTA mehr gespielt, deswegen möchte ich es einmal so rummotzen. Oh, shit. Das war knapp, das war auch knapp, das war noch knapp. Okay, okay, okay. Some people want to kill me, but they're not gonna. Hey, you think I'm gonna cash out just when one of my kids is starting to do so well? I find your sarcasm really supportive. I'm sorry. Just stop doing stupid things. Please. That's funny coming from you. Thanks, Daddy. Bye. Bitte, Tracy. Gut, also, wir haben Tracy aus der Scheiße geholt. Ähm. Ja, da werden wir... Ah, schon, wir die Waffen wegstecken. Gut, wir werden jetzt dann zu Solomon ganz kurz fahren. Ich hoffe, dass der nicht allzu eine große Mission für uns hat, dass sie hier nur reinpasst. Und dann werden wir beim nächsten Mal erst die große Mission... Wow. Oh, die... Ah, ne, der sah nur so komisch aus. Ich dachte, das ist ein richtig dicker Ferrari, aber das war der eine, den wir schon mal hatten. Und... Ja. Wir wollten übrigens beim letzten Mal einen Hangar kaufen. Also so ein Ding, wo man Flugzeuge, Hubschrauber und so weiter reinstellen kann. Aber die Dinger kosten 1,3 Mille. Ja. Einfach mal 1,3 Mille. Ich glaube, zum Schluss können wir uns das alles kaufen, aber jetzt am Anfang leider noch nicht so. So, Solomon ist hier wieder bei sich im Ding. Boah, das sind auch dicke Autos. Gut. Dann besuchen wir ihn noch schnell. Mal schauen, was er so auf... Was er so spricht, der gute Solomon. Hallo, hallo. Gut zu sehen, Slick. Devin, was du hier machst? Es ist vorbei, Michael. Du hast gut gemacht, kid. Du hast diese Scheiße lange genug, um mir zu helfen, eine fantastische Anzahl von Geldbewerben, wenn die Plugge ist. Ich liebe dich. Du bist wie mein Spiritbrother, jetzt. Wo ist Solomon? Er ist raus, die Negatives, der Film, was auch immer die Scheiße. Der letzte Dinosaur in der Stadt ist, über die Fossilie ist. Was bist du? Look, der Film ist bereits fertig. So, wenn die Plugge ist nun, die Investors, also wir uns, bekommen eine massive Anzahl von Geldbewerben. Meanwhile, ich kann das benutzen, um den anderen großen Teilnehmer, der olden Basterds-Idiot-Son, zu agree, um das Relic zu verbrechen, und zu lassen mich wiederentwickeln, die Region für Kondos wiederentwickeln. In dieser Wirtschaft, die Stadt wird mir verbrechen, zu bezahlen. Ich könnte sogar noch ein paar Rebaten. Es ist eine fantastische Sache, und es ist alles dankbar zu Ihnen, und Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds' clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones? Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore. Somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Okay, okay. The airport. Okay, wir müssen den Film holen. So, dann nehmen wir doch den gelben hier. Ja, und los geht's. Oh, ein schönes Auto. Und ab geht's. Gut, wir müssen so schnell wie wir zum Airport und den Film Molly abnehmen. Und... Boah, das ist echt ein schönes Auto. Ich gucke an, der ist ziemlich schnell. Und die wir jetzt gleich irgendwo gegensetzen. Und schluss. Slick, du denkst nicht. Hey, ich bin ein Produzent. Ich produziere die Gäste. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Securing the airport. Worked for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strong. She's not gonna stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today? Look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Gut, also wir wollen den Film zurück und der Devin, der war ja der Typ, für den wir damals die Autos haben stehlen müssen. Falls mich jemand zurückerinnern kann. Das waren ja damals, boah, das waren glaube ich fünf Autos. Und zum Schluss haben wir wegfahren müssen. Da hat er Franklin nicht bezahlt. Deswegen ist er sowieso ein eher ein schlechterer Typ. So. Und nach vorne schnappt bei dir uns jetzt ein. Denk mal, wir werden auf jeden Fall auf ein bisschen Gegenwehr stoßen. Das könnte interessant werden. So, was muss ich jetzt genau machen? Okay. Kann ich so hier die Kamera zugreifen? Mhm. Bin jetzt so ganz... Warum hab ich jetzt eigentlich Sterne, ne? Oh, shit. Gut, also. Ihr habt nur keine Ahnung, wie wir das Ding stoppen wollen. Da kommt auf jeden Fall ein Flieger runter. Und wir fahren jetzt hier einfach mal rein. Oh, shit. So, gehen wir schon mal voll hier. Right side it, nein. Oh, das ist ein Flugzeug. Wow. Holy shit. Was brennt denn hier alles? Kommt schon wieder ein Flugzeug runter. Oh mein Gott. Oh, nicht gut. Kommt ein Flugzeug. Alter, was geht ab? Holy shit. Fahren in die rum. Alter, was geht nicht hier eigentlich falsch? Der ganze Flughafen brennt. Und vor allem irgendwie sieht es nicht nur ein Escort aus, sondern die wollen die hier stoppen. Oh, shit. Shit. Oh, je, je. Der ganze Flughafen geht drauf. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Oh, ich sehe die Verfolgungsjagd hier auf jeden Fall. Oh, shit. Ich dachte, jetzt hätte ich da reinlassen. Moment, ich muss noch kurz die Waffe ausrüsten. Oh, shit. Wo ist die Filmrolle? Oh, sie hat einen Abgang gemacht. Gut, jetzt sind die Cops abhängen. Eieieie, Aua, die Aua. Alter, wie haben die mir gerade reingeschenkt? Ja, Wahnsinn. Das ist ja da raus. Ich brauche mein Auto. Da ist das Auto. Oh, shit. Ich bin gleich... Oh, nein, nein, nein. Nicht drauf gehen. Bitte nicht drauf gehen. Jetzt komm, fahr. Und weg hier. Oh, shit. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt die Cops abhängen soll. Ich habe verdammt viele hinter mir. Und ich habe nur... Alter, wie viele? Das sind acht, neun, zehn Autos. Und so ein behinderter Hubschrauber. Ah, jetzt müssen wir uns überlegen. Oh, da kommt schon wieder einer entgegen. Fangen wir einfach mal ein bisschen... Dahinter vielleicht sind da Flugzeuge. Sehen wir gleich. Nein, da sind leider keine. Okay. Der Hubschrauber regt mich gerade ein bisschen auf, der was uns verfolgt. Aber der wird irgendwann schon abdrehen. Ich hoffe jetzt einfach mal. Oh, da ist ein Motorrad. Das wäre natürlich jetzt auch eine richtig feine Sache. Aber bis wir das einsteigen und aufsteigen und aussteigen, das dauert alles seit Zeit. So, jetzt schauen wir, dass wir abhauen können. Zum Glück haben wir ein schnelles Auto. Also, die ist ordentlich zerschnetzelt worden, muss ich sagen. Das sah echt ziemlich lustig aus. Und da vorne kommt ein Kopf. Tschüss, Kopf. Aua, Kopf. Nein, 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 nein. Nicht so. Oh Gott, die kommen sogar auf den Wasserschön. Okay. Das könnte jetzt auf jeden Fall ein bisschen interessanter werden, bis sich die Cops hier abhängt. Weil, das ist eine ziemlich bescheidene Stelle. Warum brennt das da überhaupt? Keine Ahnung. Komm hier raus. Ja, hier komme ich schon mal raus. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Und jetzt schauen wir, dass wir einen Abgang irgendwie machen. Oh Gott, das sind überall welche. Ich hoffe, dass mein Auto jetzt nicht kaputt geht, weil das ist schon ziemlich mitgenommen. Oh shit. Bist du als FBI schon, oder? Ich glaube schon. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir denen hierhin kommen. Dann hätten wir es geschafft. Oh, da kommt schon wieder was entgegen. Rauf, rauf, rauf. Schnell, schnell, schnell. Ja, nicht gesehen. Gut. Gut, gut, gut. Shit, davon ist in der Welt. Machen wir ein bisschen langsamer. Oh shit, da kommen wir ja entgegen. Ganz schlecht. Und dann drehen wir wieder um. Dann machen wir die Farbe am besten rüber. Und... Ah, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich fahre einfach mal da runter. Ich habe keine Ahnung, wo ist der Land. Oh shit. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir jetzt nicht schnell ein Boot finden. Jawohl, wir haben es geschafft. Warum? Die waren auf einmal voll schnell weg. Cool ist. Cool ist, ey. Richtig cool, richtig cool. Und warum schwimmen wir eigentlich mit dem Messer? Das sieht irgendwie so aus, als hätten wir ein Messer in der Hand. Wir haben sogar ein Messer in der Hand. Warum haben wir ein Messer in der Hand? So, Solomon noch kurz anrufen. Ich liebte dich mal, Tony. Aber es gibt nichts zwischen uns. Jetzt, dass ich weiß, dass du eine Diktation möchtest. Wirklich? Wir machen das jetzt? Ich habe gerade gesehen, dass Devin Weston's legal counsel geteilt in eine Jet-Engine. Oh, die Molly-Mollie? Oh Gott, das ist schrecklich. Du hast keine Ahnung. Sie panik, went crazy und ran into es. Aber ich habe die Prennung. Also, wir haben noch ein Film. Du glaubst, das Analog-Thing? Es ist alles digital. Wir haben Backups überall. Ich meine, wir schünen auf dem Green Screen. Well, du könnte mir sagen. Ich bin sorry. Schau, ich dachte, du wusste. Die EDIT ist nearly fertig. Und wir müssen es rauskennen, bevor sie uns wiederhörern können. Ich habe ein Prämier gegründet, das wird sie von uns beschädigen. Ein Prämier? Für Meltdown? Okay, kannst du meine Familie besuchen? Sie können endlich etwas für mich stolz sein. Natürlich, es ist bereits auf der Weg von Courier. Okay, ich werde bereit sein. Es war ein Amerikaner Divorce, der Film. Obviamente. Wie schön. Oh, da kann ich sogar einsteigen. Oh mein Gott. Holy shit, ist der geil. Okay, jetzt haben wir nur richtig. Ist das ein Senkoro? Könnte ein Senkoro sein. Oder wie der heißt. Boah, ist der geil. Das ist, glaube ich, eins von den teuersten Autos im Spiel. Und, ich glaube, eins von den schnellsten, wenn nicht sogar das schnellste. Oh shit. Oh mein Mann, ist das schon mal kaputt. Jawoll. Jetzt machen wir einen Abgeordneten. Ähm, das können wir ja ganz kurz schauen. Das würde mich jetzt echt interessieren. Handy raus. Internet. Internet. Hm. Da heißt es wieder ein Sport. Legendary Motorsports brauchen wir. Und. Runter. Okay, 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 okay. Da, der da müsste sein. Der Pegassi Centoro. Geiles Auto. Das ist das... Was war denn das? Ich weiß nicht, das war das James Bond Auto, glaube ich. Mit den Raketen und alles. Das müsste das teuerste sein für 10 Mille. Und... Warum steht denn da einfach so ein Auto rum, ey? Der ist ja übel. Der ist unglaublich teuer. Der kostet einfach mal 750 Millionen. Äh. Hm. 750... Nein, ich kann nicht bestellen, weil ich habe zu wenig Geld leider. Gut, aber... Können wir jetzt eigentlich mit dem zu... den Custom-Dinger reinfahren und den tunen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Der sieht echt Bombe aus. Den würde ich auf jeden Fall in meine Garage stellen und dann schauen, dass ich den... halbwegs lang behalte. Und... Ja, das war ziemlich knapp. Gut, dann hätten wir es eigentlich für heute schon wieder für einen Part. Kann ich da mit ihm rein? Ja. So, was kann ich jetzt mit ihm machen? Schönes Ding. Wenn der jetzt schon so bald wäre, soll ich erstmal reparieren. Hupe, Überlackierung, Kamera, irgendwas... Ne, leider nicht. Was ist denn eigentlich Panserung, Alter? Was ist denn das? Ich habe noch nie ein Auto getunt hier. Alter, wie teuer das vor allem alles ist. Haben wir da irgendwie... Das müsste ich auch mal machen. Ich glaube, ich... Überlack, Käfig. Ich glaube, ich werde mir mal ein Auto kaufen. Und das werde ich dann einfach mal tunen. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss für heute. Das Auto ist echt übel. Gut, das kommt auf Subnail drauf, denke ich jetzt mal. Gut, auf jeden Fall an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir dann Schluss für heute. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ähm, wenn wir dann die Mission machen, wo wir das FBI-Gebäude da überfallen. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Und... Ciao!